es hey ho leute und herzlich willkommen zu part 12 von let's play minecraft diesmal wissen wir es wieder ja und wir haben und wir haben das ein hd texture pack installiert es ist das lb hd realism aber es ist nur die auflösung 64 64 denn mit anderen auflösungen sagen wir so dass er mein kopf einfach zu viel ja und wir haben neue skins die haben wir selbst gemacht oder ich besser gesagt mehr mit so mit diesem skin generator die in mein kopf amore und naja ich habe sie noch ein bisschen bearbeitet mit dem skin edit und so bilder an herum gebastelt und ja das sind sie jetzt sie sollen uns mehr oder weniger in mein kopf repräsentieren genau so dass der lukas wiki so ein bisschen so lustige haare aber ja das ist ja völlig unwichtig das ist natur natur pur ja ich würde mal sagen dass wir mal im keller wird einmal machen gut das sehe ich auf jeden fall aber ich muss noch nachholen in die hölle noch mal kurz gehen weil ich habe ja im letzten part leider den part aussehen abgebrochen und damit konnte ich leider nicht mehr dass viel mann wo ich in der hölle gewesen bin das möchte ich nicht schnell noch nachholen wenn ich das darf deshalb lasse ich mir ein schwerer gut eine hacke vielleicht eine neue spitzhacke dann macht ihr eine spitzhacke dafür bräuchte stein dann holst du stein gut das ganze vorlesen bilden zu sagen so nur auf nötigen oder das nötigste wir wollen ja nicht übertreiben und noch mal kurz in die hölle gehen eine kleine erkundungstour machen einfach so ich möchte noch gerne wählen ähm bitte wählt aus 720p wenn es geht was soll computer schafft wenn nicht dann ist es halt bisschen schade aber besser in den wir geben uns wirklich die mühe denn es ist hier und mein gott das schon aus wie ein baum er ist er besser in hd also in 27 b anschauen wenn wir heute noch der geist lucas ist noch der geist und der fackelt ab der fackelt gerade ab und mein gott das noch ein geist die geist ist der riesig um ein geist und das in hd die geist werfen mich mit bomben und so auf mich witzigerweise da deswegen muss obsidian also spreng fest sein wie man wenn die sohn geist das portal weg sprengte das ist dann ziemlich scheiße ha 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 wenn ich niemals wir geben uns wirklich die mühe das sind 27 b zu rendern und wenn es dann halt nicht genutzt wird dann ist es ja sonst ja denn ich muss auch wirklich erwarten ich habe diesmal wirklich verzerrung gehabt wie sich mal den ersten paar durchgeladen hat mit den auflösungen her und so das war mein gott aber weiter viel schluss von dem na gut also jetzt cool wenn man noch so ein sohn zum zombieschwein killen könnten aber wir sind die gerade irgendwo im arsch der welt da kann man runter gehen okay ich will nicht so weit vom portal weg ich habe angst ich mich da nicht verliere das ist ziemlich blöd da sind sie schon das sind sich blöde bei denen ich meine sie greifen einen nicht sofort an aber das blöde ist wenn man einen angreift greift man alle an ich weiß ja es ist ja aber dieses risiko gehe ich jetzt einfach mal ein und sagt stürb 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 er braucht nämlich gleich gegrilltes fleisch von ihnen das ist wirklich cool na cool ab zu so wie ein zwei ich mir gleich rein und gehe wieder zurück zum portal denn das oft wo bin ich denn hier gelandet wenn man bekommt immer gleich sechs steine von der peter so lecker na ja das so ich halt schon mal die laba schon den texte bekommen ziemlich cool aus finde ich halt so cool wird so man haben wir von dem schon genug naja man kann nicht genug kommen ich habe das machen mit dem resten mit der schaltkreise und den elektronischen spums oder auch noch mal genug haben wir haben wir haben uns fast die die geistern befasst in dem boden und den portal weggerissen verlammt das ist nicht mal auf oder portal rauskommt man naja okay ich werde das das nächste mal ein bisschen rekonstituieren eine kuh eine kuh gib mir milch hey wo ist die hin super dies weg ohne sich zu verabschieden also es ist unhöflich unhöflichkeit sondern oh mein gott ein ei im wasser das in hd auch nicht schlecht so ist derzeit ich nur noch es ist noch ein grillkotelett also sieht kloster und auch aus ziemlich lustig ein neuer eine reise schweißen hier haben wir schon ja geil 13 diamanten das muss man sich mal vorstellen 8 und 50 stück reisen achse ich dann unwohlkommen brauchen dort in der schweißen die karte vielleicht ja nämlich mit facken auf jeden fall ich mach das bitte so die kübel brauchen wir die ne dabei nicht so was sie dabei noch in der kiste ok um ja was können wir noch brauchen in der hölle ich habe die volle schaut cool aus am prinzip ist eigentlich eh nichts dann gehe ich auch mal runter da 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 die lavar kam an hier da haben wir die lava geholt für das portal und so ok du bist in dem schacht oder in in welchem bist du okay im ganz linken bin ich soll ich einen neuen anfangen oder beim weitermachen machen neun weil in dem wo du weitermachst da ist ja das diese Hülle ab ich hab von der richtigen Respekt ah ja genau jetzt weiß ich wieder wir brauchen hier das Restor für die Restor fucken damit wir wieder zurückfinden ja aber das würde ich nicht unbedingt jetzt machen na toll jetzt verschütten immer den Weg mit Schotter oh mein Gott der ist Redstone im Boden na ja immerhin immerhin etwas ist aufgefallen dass bei manchen texture packs machen sie so mein Gott dass die die Schaufeln umdrehen weil sie sagen das sieht cool aus wenn man grabt ich finde das sieht lustig aus ich hab noch nie so gegraben also aber bitte das ist mir auch völlig egal ja ein Redstone kommt selten allein immer soll die Tatsache na gut wird auch alles dann soll ich das jetzt einfach mit Kabelstun abdecken ja ok dann fange ich mal den neuen Gang an ok gut na dann na toll das auch schon wieder fast kaputt meine Hacke ja und schon kann ich mit einer bloßen Hand die Steine zerschlagen ich muss mich erinnern wir können uns sollen wir können dann unser zu Hause das vergrößern ja und dann können wir rund um rund um uns herum als rund ums Haus so Dispenser und sowas aufstellen wie so Dispenser ich würde sagen wir machen es einfach wir machen unten durch wir machen einfach rundherum so ich meine gut ich will sich dem Gronken auch machen stimmt das ja auch blöd aber ja gut wir könnten das mit Dispenser machen aber ich hätte gedacht wir machen es einfacher mit na mit also mit Wasser drumherum so dass die Strömung sie einfach unter das Haus fließt und dort einfach so eine Kammer wo wir uns die Sachen holen können aber ich will es nicht im Gronken auch machen das ist das Problem also er probieren wir was mit die Dispenser wie macht man die wir brauchen aber glaube ich wollen das dafür brauchen wir Minecraft Wiki ja gut dann müssen wir uns das mal anschauen machen wir probieren wir das vielleicht für den nächsten Part schauen wir uns das dann nachher an wie es geht genau ich bin jetzt wieder an der Führung angestoßen bei der Höhle mach schnell wieder zu mach es einfach so rundherum so wie ich es immer gemacht und dann einfach weiter graben ich weiß ja nötig was ich finde wir wollen ja Höhle aber gar schon viel Materialien gefunden wir müssen eh irgendwann mal wieder rein ja aber damit ein Zombie ist direkt über mir oder ober mir ich weiß es nicht ich habe aber sein sein Schreien gehört sein Schreien warte mal das ist Erde oder oh mein Gott ich bin glaube ich in der Nähe bei Erde ist doch eine Höhle oder ja nirgendwo mal das ist schon wenn du tief unterhalb Christophia und ja Diamanten ja das tun mit Diamanten na gut die letzten wie auch welche Kunden ich kann mich nicht beklagen die Schraube auch zufrieden Semmeln alter über mir das ist so laut ich habe irgendwie Angst dass er so kürzlich ein Zombie runterfällt Spider Zombie ist das nicht schon wieder Redstone yes ich habe mich jetzt die Musik aufgedreht ja komm die muss man aufdrehen die ist voll cool Hi Peaceful aber gut ist es bei der Single Player weil der Rüst das ist spielt da jetzt keine Rolle ich habe jetzt zu wie viel Stück vier Stück die am Runden von der Heiligkeit total für Redstone naja wie gesagt die Brommermann der Renum an sie brauchen und nicht man sich bei sich so oder so die kommen ich bin ich in Schülern um und mann übernommen ist auch noch rutschen das kapiere ich nicht wie kann man jetzt und gibt so nicht in echt oder oder so was ähnliches wo zum lieb er besser als ein Kumpel schickte ich so wohl Kuiper werden können als praktisch oder Also wenn du dabei nicht leben wollen würdest. Ich bin wieder auf die Höhle gestoßen und dann geht es nicht weiter. Sag nicht, du findest nicht wieder raus. Nein, nein, ich gehe wieder in den langen Gang. Oh, und du bist Redstone, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ja, was unter einem ist, das sieht man nie richtig. Ich glaube gar nicht, weil es nicht gut beleuchtet ist. Nein, 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 das ist kein Redstone, das ist Eisen. Soll ich das abdecken? Und ich habe doch sicher. Ich deck es einfach mit Cobblestone ab. Das machen wir ja sonst auch immer, oder? Ja, ich mache es jetzt einfach. Ich verschwende gern Material. So. Ah, Kohle! Ich habe das gar nicht gesehen. Ich muss ja an das Textureback jetzt mal gewinnen. Das ist Kohle. Ja. Ja, Kohle kann man auch brauchen. Kohle macht man oft. Die Kohle schaut ziemlich cool aus bei dem Textureback. Aber gut, der heißt ja HD Realism. Mhm. Ah, der Part ist vorbei. Das bedeutet, wir sehen uns im nächsten Part. Vielleicht will Minecraft. Tschüss. Das ist ein Kind. Wir sehen uns im nächsten Part. Das ist ein Kind. Vielen Dank.